Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video, mit dabei, wie ihr da seid, mein bester, bester, best... Was geht? Leute, wir spielen heute gemeinsam eine wunderschöne Runde Dart. Und bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt... Ey, ich hab mich geklaut, ey, wunderschön! Leute, ich bin ehrlich, ich hab's mir von wem anders abgeschaut, wollte es aber trotzdem mal ausversuchen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man Videos von wem anders einfach mal selber mal ausprobiert und einfach euch damit eine gute Zeit bereiten kann. Wo sollte also das Problem sein? Ich würde sagen, auf geht's. Tobi, wir zwei müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwo einen Automaten finden, wo wir die Impuls-Grenades haben. Wollen wir nicht die großen Impuls-Grenades nehmen? Ja, das Problem ist halt, dass die ja den Boden kaputt machen. Wenn wir irgendwo draufstehen, dann macht's den Boden kaputt. Man könnte das halt schon machen, aber dann muss man halt damit rechnen, dass halt der Boden drunter kaputt geht. Ich kann eh nicht rechnen, deswegen... Okay, alles klar. Okay. Es geht quasi gleich darum, dass wir ein kleines Dartfeld bauen. Dieses Dartfeld wird dann von Tobi und mir als menschlicher Dartfall benutzt. Das heißt, wir katapultieren uns quasi mit unseren Impuls-Grenaten auf das Dartfeld. Und je nachdem, wo wir dann landen, meine Freunde, gibt es die Möglichkeit, das punktumäßig zusammenzuziehen. Wir müssen das komplette Dartfeld halt nur mit Jump-Heads ausstatten, weil sonst kriegt man ja Fallschaden. Ach so willst du das machen? Ja, ja, hä? Weil deswegen hab ich gesagt, mit Fallschaden. Weil ich hab ja gesagt, die normalen Impuls-Grenades geben ja Fallschaden. Ja, richtig, genau. Aber den kleinen können wir jetzt benutzen, wenn wir halt, dass ich den ganzen Boden an Jump-Heads bauen, ne? Da hab ich auf jeden Fall... Alter, du bist so schlau. Ja, ach du, Tobi, weißt du, ganz ehrlich, das hab ich aber auch alles von dir, ne? Alter, weißt du was? Solche Leute wie dich, ich sag's immer, immer wieder, solche Freunde, die braucht man einfach. Ja, oder Seite an Seite. Seite an Seite, zusammen, Hand in Hand. Ganz genau, Alter. Zusammen gehen wir ins Disneyland. ACHTOD, KLEINER HUNGEN SOHN! Du bist so eine Mistgeburt, Alter. F***ing ins Knie, Alter. Ja, genau solche Freunde braucht man da jetzt auch dann, ne? Ich sag mal so, die Wichtigkeit in der Sache liegt natürlich darin, dass man sich dann versteht. Ha? Klar nenn ich dich dann, h***ing Sohn. Hey, Brother. Neues Video aufräumen, Kanal, diesmal mit einem neuen... Tobi, kannst du aufhören einfach. Es wär echt nett, wenn du das sein lassen würdest. Gut, ich hab schon 18 Jump-Heads, Tobi. Wir können ja 10 Dart-Versuche machen, oder? Dann musst du ja 10 Impulse-Heads finden. Das können wir so machen, ja, das... Ja, doch. Ja? Dann suche ich mal Llamas. Ich kümmere mich weiter um die Bounce-Pads, Kollege. Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir die Dart-Scheibe bauen. Bis gleich. Ciao! 2.000 Jahre später. So, Kinder, ihr seht es gerade schon, das Feld ist quasi fast fertig hier vorne. Wow, Alter, ich bin gerade etwas runtergefallen. Ja, Hallöchen. Und ich flieg jetzt nochmal ganz kurz rüber, hole ein paar Bounce-Pads. Hier drauf wird quasi gespielt. Ihr seht quasi, dass wir einen Mittelpunkt haben und es auch ein paar Dinge dazwischen gibt, wo man nicht landen kann, beziehungsweise halt ein paar Zwischenräume. Wer natürlich in diesen Zwischenraum halt reinfällt, der ist natürlich tot und kann dementsprechend natürlich seine Runde nicht vervollständigen. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das so machen. Ich würde sagen, wir setzen jetzt ganz kurz noch den restlichen Chroms dahin und dann sehen wir auch gleich schon soweit, dass wir quasi direkt durchstarten können. Das Spielfeld ist jetzt jeden Moment, glaube ich, fertig, Kines. Spielwiese. Wir fliegen nochmal ganz kurz noch drüber hin. Es fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Ich baue noch ein paar Stützen dran, weil ich echt Angst habe, dass wir irgendwie das zerstören. Das wollen wir natürlich nicht, weil das war jetzt echt schon ganz gut aufwendig tatsächlich, das hier zu bauen. So, und dann, Tobi, du machst es nicht kaputt. Was kann ich so böses zu lachen? Wie viele Granaten hast du jetzt? 9, 18, 24. Ja, das sollte reichen. Von den Großen? Äh, nein. Habe ich eine geworfen, aber aus Versehen. Spastik, warum? Ich lehre, das war aus Versehen. Hallo, 20, gell? Das Feld ist damit jetzt hundertprozentig fertig. Moistee. Ich würde sagen, Kines, wir können jetzt nochmal ganz kurz Folgendes hier tun. Wir landen jetzt mal ganz vorsichtig hier drauf. Machen kurz den letzten Feinschliff des Ganzen hier. Komm ich hier dran. So. Oh, ich habe für den neuen noch heute hier gefunden. Jetzt haben wir fünf Stück. Ja, sehr gut. Wenn wir jetzt sechs Granaten hätten, wäre viel besser. Sechs haben? Also, sechs Granaten. Egal. Okay. Ich baue noch ganz ein paar Stützen dran, meine Freunde. Und dann geht es auch gleich schon direkt los mit der ersten Runde von Fortnite Menschen-Dart. Das klingt so gestört, Alter. Menschen-Dart, Junge. Oh nein, ich hatte so viel Spaß. Du Trottel, Alter. Mann, ich hätte das mal gerne ausprobiert. Hey, was sind die ganzen Sachen gegen oben? Ne, die liegen unten. Du bist ja runtergefallen. Nein, ich habe die noch hier hinter dir hingelegt. Guck mal. Augen auf. Oh. Gut, Kinders. Ich würde sagen, wir sind damit ready, Tobi. Das hier ist quasi unsere Abschlussfläche. Hier einfach. Bullseye gibt zehn Punkte. Äußerring fünf. Der eine drei und der andere zwei, okay? Bei der Bullseye gibt es wieviel? Zehn. Aha. Zehn. Dann die vier ums Bullseye herum acht, okay? Aha. Okay. Eine Ewigkeit später. Leute, wir versuchen das jetzt einfach mal. Tobi, pass auf. Ich nehme jetzt mal hier einfach ein paar Granaten. Eine nur, ne? Also Leute, eine Granate. Ich werfe einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch Joker übrigens mit den vier großen da. Stell ich mich hier oben drauf oder nicht? Hast du es gemacht? Äh, ja. Okay. Drei, zwei, eins. Ohhhhhhh. Bam, Junge. Acht Punkte für mich, Digga. Nice one. Ich bin dran. Oh. Oh. Guuu. Waren das auch acht? Ne, das waren zehn. Was? Bist du am Jump-Head gelandet? Oh mein Gott, Junge. Ja, Mann. Jump-Head landen ist schwer, oder? Ja. Okay. Schreibst du auf. Zehn Punkte für dich. Eins, zwei, drei. Ahhhhhhh. Ja. Hast du es gemacht? Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Okay. Nice, 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 nice. Okay. Das sind 18 für mich an der Stelle. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Alter, das ist ein geiler Express hier auf jeden Fall an der Stelle. Ich verfolge jetzt meine neue Taktik, okay? Was denn? Mit Anlauf? Ja. Okay, versuch mal. Oh! Was? Was denn? Nein! Oh mein Gott, du bist genau daneben gelaufen. Aber man kommt übelst weit so. Okay, dann würde ich sagen, Leute, machen wir es jetzt noch mit Anlauf. Yeah! Oh! Okay, sechs. Sechs Punkte für mich? Alter, das war knapp, Junge. Der eine hat mich so weggerissen. Dicke. Oh mein Gott. Wallah, Bruder. Ich hab Spaß beim Fortnite. Und, 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 und. Nein, schon wieder nicht. Als ob, Junge. Okay, das ist meine Chance. Anlauf, 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 und. Abspringen! Oh! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh! Oh! Das waren noch vier Punkte. Das waren noch vier Punkte. Immerhin, Alter. Das Ding ist. Immerhin, ja. Man könnte ja auch so Teamdisziplin machen. Dass einer die Dinger wirft. So, weißt du, so Revi und Escation gegen. Ja, das können wir ja auch mal machen. Dass wir uns gegenseitig halt quasi so. Alter, Leute. Hier kommen die Ideen rein. Wenn ihr Bock darauf habt, smash den Like-Button mal wieder kaputt. Nein! Wollen wir sagen, wenn man die ganz äußeren trifft, dass es da mehr gibt? Oder wie machen wir es? Weil wir haben ja noch unsere Joker-Dinger hier. Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen. Die machen wir aber gleich. Ah, oh ja. Nein, das wird Jump-Head, oder? Die kann fallen! Laufen, 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 und abspringen! Oh! 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 Das waren sechs Punkte für mich, Dicker. Tobi, Alter, es wird knapp, ne? Ja, es wird schon langsam knapp. Also, der Vorsprung, den ich hier hab, der ist auf jeden Fall, sag ich mal so, nicht gerade. Also, so gesagt, Tobi, nicht wenig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und... Oh, wenigstens acht, Alter. Das waren acht, Digger. Acht ist auch stark. Acht ist schon gut. Okay, warte, ich komme. Yes! Zehner, Digger! Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen, Alter? Perfekter Move meinerseits an der Stelle. Bring, mein Freund, springe! Oh! Oh! Zehner, Digger, Zehner. Okay, nice. Und laufen, 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 laufen! Nein! Nein! Ach! Null! Ich hab zu früh geworfen, Alter. Ich hatte drei Nuller. Digger, ich hab zu früh geworfen. Okay, Tobi, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für die Großen. Hinter der Hälfte vom Jump Pad, die Hälfte, bringt doppelte Punktzahl, okay? Okay. Das heißt, das Beste, was du treffen kannst, ist halt direkt das hinterm Jump Pad. Tobi, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hab hier. Alter, okay. Warte, wissen wie viel? 4 und 8 sind es. 8, weil es ist ja doppelt. Hast du am Boden, hast du am Boden geschmissen oder standst du still? Das werde ich dir jetzt nicht sagen. Nein! Null! Nein! Mein Sohn, Digger! Das wirbt sich zurück! Schmerzhaft, Alter! Lauf, 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 lauf! Oh! Ja! Sechzehn! Halt's Maul, Alter! Sechzehn! Echt? Ne, ähm, zwölf. Zwölf, zwölf hatte ich, zwölf. Eins, zwei, drei, on go. Oh Gott, der war schlecht. Der war schlecht. Ah, sechzehn! Danke. Warte mal, ich würd sagen, dass mit dem sechzehn ist echt ziemlich OP, Tobi. Okay, dann 8. Okay. Aber darf ich den vorherigen sechzehner behalten? Ah ne, warte, der war ja normal gemacht, oder? Ne. Soll ich dann davor bei mir auch ein 8 da hinschreiben oder 6? Ähm, 8 glaube ich. Ja, das ist schon zu krass. Ja, ich mach 8. Ich mach 8. Ich hatte gerade nochmal 6. Ich bin Ehrenmann. Ich hatte 6 gerade. Ja, ja. Ich hatte gerade 6, Tobi. Achso, mit mir selber. Ah. Und John Wick läuft und er läuft und er läuft und... Ohhhh. Ohhhh. Ja, Mann. Zehn. Gut, Tobi. Ich würd sagen, Leute, wir haben zwar noch hier viele, aber die müssen jetzt einfach leider... Weg mit dir. Lol. Das war ein Kill. Was? Okay, Leute. Ich hab meinen letzten, meinen letzten Jump jetzt. Und dann kommt noch einmal die Joker runter, Leute. Ich würd sagen, laufen, 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 laufen. Und werfen! Oh, 8. Du hast angefangen eigentlich, ne? 8, 8, 8. Geh all in, geh all in. Lauf, lauf, lauf. Anlaufen und dann werfen. Oh, nein. Boah, Alter, bist du hoch, bist du hoch, bist du hoch, bist du hoch. Nein, nichts. Gar nichts. Null. Null. Okay, nice. Das könnte meine Chance sein. Es ist nicht deine Chance, Alter. Es ist zu schwer. Irgendwas treff ich, irgendwas treff ich, irgendwas treff ich. Nein! Nein! So schwer. Junge, Alter. 8. Okay, Tobi, rechnen wir zusammen, Leute. Jetzt geht's an die Rechnung. Jetzt wird's echt interessant. Ich glaub, wir können das richtig cool machen, indem wir noch zwischendrin Jump Pads machen. Und vielleicht sogar das Ding ein bisschen verbauen mit eventuellen Hindernissen, wo man dran hängen bleiben kann. Oder einfach so weitsprungmäßig. Oder halt in der Luft, in der Luft halt Hindernisse, wo man dran hängen bleiben kann. Ich glaub, da ist echt noch sehr viel Potenzial, meine Freunde. Und jetzt bin ich aufs Endergebnis gespannt, Tobi. Hau mal raus, den Reuter. Okay, was? Was? Leute, ich hab 62, Reviat 64. Ohhhh! Damit muss ich sagen, dass du mit 2 Punkten hast du einfach gewonnen hast. Da hoffe ich zu mobben, Alter. Hallo, tut mir leid, ich hab nichts gemacht. Ich hatte aber 3 Nuller. Ich hätte dich safe aufgeholt, wenn wir noch eine Round gab. Ja, aber egal. Ich hab dann alle Granaten weggeworfen, sodass ich gewonnen hab. Super, perfekt. Leute, ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Runde. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut gerne beim Tobi vorbei. Und damit bin ich für heute wieder raus, meine Freunde. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und NotArts. Hier ist jemand. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.